Ich würde sagen, dann können wir in die erste Frage reingehen, Chat. Ich hoffe, ihr seid alle bereit. Let's go! Ich mach mal eben hier noch einen krassen Effekt, so eine Airhorn. So. Wir starten das Game mit Runde 2. Runde 1 haben wir vor dem Jahr gespielt und es geht los. Und zwar die erste Frage, oder der erste Satz ist, nenne ein Land in Europa, Jungs. Es gibt, das wurde jetzt schon übrigens gezeigt, ne? Aus Europa dann halt. Und es gibt viele Länder in Europa, ihr kennt euch da ja bestimmt besser aus als ich. Ich wusste nicht mal, dass Freiburg nicht in Bayern ist. Aber das ist nochmal was anderes. So, schreibt gerne rein. Wo wart ihr denn schon mal? Darlene, in welchen Ländern in Europa warst du schon mal unterwegs? Deutschland, Dänemark, Frankreich. Ich glaube, Schottland hier. Das war es eigentlich. Also jetzt nicht mehr Europa. Damals war es noch Europa. Europa oder nicht Europa? Ja gut, das weiß ich jetzt gerade auch nicht. Ja, ja, ja. Krass. Also schon ein bisschen gereist, ne? Ein bisschen, ja. Crossness, wie sieht es bei dir aus? Ich glaube, du warst schon in Österreich mal, aber das ist auch wieder ein... Ja, ja gut. Okay, erzähl mal. Ich war, wir lassen uns... Ich war vor ein paar Wochen in Paris, in Frankreich. Oh. Das zielt. Hast du da die Liebe deines Lebens gefunden? Leider nicht. Aber Minimaus. Oh, ja, das ist ja quasi die Liebe meines Lebens, so, ne? Also die Öhrchen, heu, heu, heu. Aber gut, okay. Ähm, der Chat, eure Chats und mein Chat haben abgestimmt. Wir haben auf jeden Fall, äh, eine große Auswahl an, ähm, Sachen, die hier drinstehen. Ähm, wichtig ist noch zu wissen, das hab ich vergessen zu sagen, wenn die gleiche Anzahl an Sachen sind, geht's darum, was als erstes geschrieben wurde. Also sagen wir mal, ich nehm jetzt extra nicht Länder aus Europa, wenn jetzt einer Russland schreibt und einer China. Russland war vorher und beides wurde nur einmal geschrieben, dann, äh, zählt das, was als erstes geschrieben wurde, ne? Also weil nur die ersten sechs zählen, ja? Wenn jetzt alle sechs nur einmal getippt wurden, zählen die, die als erstes, die ersten sechs, die geschrieben wurden. Crossness guckt verwirrt. Ich hab, glaub ich, den ersten Satz da vorne... Ja, ich war verwirrt, Russland, das war jetzt ein Beispiel. Das war nur ein Beispiel, ich hab extra keine aus Europa genommen, damit ich nicht hier beeinflusse. Weil, wenn's falsch wär, dann wär's auch nicht jetzt dabei, ne? Wenn's falsch ist, ist es halt nicht... Wenn jetzt einer gesagt wird, Australien. Achso, das wär dabei, ja, es geht, also, theoretisch kann die Antwort auch Cock sein, weil 50 Leute Cock reingeschrieben haben, ne? Also das... Alright, okay, got it. Okay. Was passiert, wenn User in allen Chats das gleiche Wort reinschreiben, bringt nix, es wird nur einmal gezählt. Es wird nur einmal gezählt. Also, der User wird gezählt, nicht in welchem Chat der User schreibt. So, äh, hier steht, Dalin ist dran, als erstes, Dalin, welches Land, ähm, in Europa wurde denn, äh, am meisten in unseren Chats, äh, geschrieben? Was sagst du? Was glaubst du? Deutschland? Deutschland, ähm, ist nicht so weit weg, würd ich sagen. Ähm, hast du auch gut getippt, leider nicht Platz 1, aber wir haben, ähm, Platz 2 für dich. Oh, habt ihr den Sound auch gehört? Nee. Oh, ich schon. Können wir irgendwas machen, dass wir den Sound kriegen? Wenn man die Browser-Source... Wenn ihr die Browser-Source gemutet habt? Ja, das kommt über die Browser-Source, ja. Warte mal. Benni sagt, der Sound war bei mir auf jeden Fall da, okay. Es ist nur ein Bling, also es ist jetzt nix, es ist nix krasses, ne? Ja, das ist aber sehr wichtig. Ach ja. Man muss es trotzdem. Wichtig ist es. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es hinbekommen habe. Okay, ja. Ja, wir werden es bei der nächsten Antwortmöglichkeit hören, äh, und die kommt, äh, von dem, äh, Crossy. Oh, äh, Frankreich. Frankreich, sagst du, Deutschland hatte sechs, Frankreich hatte sieben und ist damit Platz eins. Es geht schon wieder los, es geht schon wieder los, oh no, es geht schon wieder los. Aber mir werden die nicht angezeigt rechts, ne? Die werden bei dir nicht angezeigt rechts? Ne, bei mir auch nicht tatsächlich. Was? Doch, bei mir schon, tatsächlich. Vielleicht mal die Browser-Source einmal aktualisieren, ihr könnt da nichts. Das hat sich gerade automatisch aktualisiert, als ich die Audio verändert habe, und ich mache es immer zurück. Ja, das kann sein. Aber, ne, jetzt ist es weg. Also du siehst Frankreich und Deutschland nicht über meinem Kopf quasi? Ne, ne. Weil ich die Browser-Source aktualisiert habe. Ah, okay, dann geht's in der nächsten Frage wieder, ja. Ja, ah, ja, okay, mhm, okay, ich verstehe schon. Ja, gut, anderes Problem, Kisa, Frankreich und Deutschland sind raus, du bist dran, was wurde noch genannt, äh, von? Ich sag mal Italien. Italien, sagst du, Italien, ähm, ist auch dabei, mit einer Stimme, und es ist Platz vier. Was? Oh, es ist sogar Platz vier. Platz vier, ist doch super. Sagst du, es bleibt nicht mehr viel übrig, Europa ist ja so klein, aber was sagst du denn? Spanien. Spanien, sagst du? Oh, da muss ich schon scrollen. Wenn ich hier scrolle, ist das ganz schlimm, aber Spanien ist, ähm, ist, ist, ist einfach nicht dabei. Wow. Oh, das war ein neuer Sound. Ähm, Saarland wäre dabei gewesen. Aber so leider nicht, ne. Entschuldigung, ne? An sich steht Land drin, ne? Also, was soll man da sagen, ne? Ja, aber wer, wer sagt denn Saarland? Ich weiß nicht, wer es gesagt hat. Wir sind irgendwie zu Europa dazu, aber wir sind ja auch, wir gehören zu Deutschland. Schön, dass du wir sagst. Die liebe Saskia kommt nämlich aus dem Saarland. Ähm, wer das nicht wusste. Hey, Alabama. Äh, was? Wer war das? Hast du eine Ansicht darüber, woher die Nachrichten kommen, aus welchem Chat? Äh, nee. Das wäre witzig. Ja, wenn hier stehen würde ich, welcher User, in welchem Chat, das wäre schon cool, ne? So eine Liste oder sowas. Ja, dann Saskia wahrscheinlich, oder nicht, ne? Saarland. Ja, gut, bei mir kennen auch viele Saskia, also, das ist ja so eine Bubble, Crossness, du bist ja so außen vor, ne? Ja. Ich liebe dich einfach nur so sehr, deswegen lade ich dich auch an. Du kannst am Ende auch wieder auf die restlichen klicken, um die anzuzeigen. Achso, okay. Äh, dann hatten, wir hatten noch dabei, das hat leider keiner getippt, äh, Irland. Hatten wir noch dabei. Mhm. Äh, wir hatten noch England dabei und, äh, Portugal, was natürlich, ähm, sehr nah an Spanien ist, äh, vielleicht ein bisschen umdenken nächstes Mal, Saskia. Saskia leider mit null Punkten, aber das kann sich natürlich in den nächsten neun Fragen noch ganz schwer ändern. Puh, deswegen würde ich sagen, wir gucken mal, was der Chat bei der nächsten Frage oder bei dem nächsten Satz jetzt schreibt. Wir gehen rein, 60 Sekunden Zeit für den Chat. Welches, äh, welches Getränk ist dein Lieblingsgetränk an einem Partyabend? Natürlich gehen auch unalkoholische Getränke für die Leute, die so auf Partys gehen und ne Spreit trinken. Geht natürlich auch. Oh nein. Ähm, Mischgetränke, Shots, alles mögliche, äh, gibt's alles. Ich würd sagen, ähm, Saskia, was ist dein Lieblingsgetränk beim Partyabend? Schade? Weinschorle. Weinschorle? Weinschorle, ja. Okay, sehr gut. Bei einem Partyabend? Beim Part, also im Club trinkst du dir ne Weinschorle rein. Klar. Nein, okay, warte, dann Wodka Red Bull. Wodka Red Bull. Okay. Kurz anders überlegt. Wodka E, ja. Ja. Ja, viele nennen das Wodka E, ne, oder es gibt, glaub ich, Flying Hirsch, ne, Flying Hirsch ist wieder mit Jägermeister oder so. Ich weiß es nicht genau. Okay, ähm, Kiesa, was trinkst du so gerne? Ich hab keine Ahnung, also wenn, bei so Hauspartys halt irgendwas, was man gut mischen kann. Ich mag Wodka mit Multivitamin ganz gerne. Ähm, und halt sonst Cocktails, wenn es sollte, ne Bar gibt. Konzentrierst du dich eher auf den Cock oder auf den Tail? Mehr auf den Tail. Achso, okay. Mhm. Ja, jedem das seine, ne? Äh, an die Neuen im Chat, ihr müsst ein Hashtag vorne dran machen, sonst zählt's natürlich nicht, ne? Äh, die Schreibweisen kann ich zusammenfassen. Alles gut, Jungs. Okay, Crossness, ähm, ich weiß, du, äh, bist ein guter Feierer, ähm, was denkst du denn, was sind denn die Chats? Sind die, sind die eher so unalkoholisch unterwegs oder eher low Alkohol, eher krass Alkohol? Minderjährig. Oder minderjährig, ja. Gut, Wein und Bier kann man ja schon mit 16 trinken, ne? True. True. Ich würde tatsächlich auch mit Bier gehen, weil ich denke, ja. Weil ja. Ich hoffe, ich hoffe. Bier ist natürlich auch der Stannine und, ähm, wir kennen sie alle, die Biertrinker und die Biertrinker sind natürlich dabei und Crossness, was soll ich sagen? Es ist natürlich auch wieder auf dem ersten Platz. Ich hab nur das Lieblingshobby, Junge. Let's Re-Cat-Quiz-Shows ist dein Ding, Alter. Okay, ähm, ja, was kommt als nächstes, Kiesa? Was denkst du, könntest du den zweiten Platz jetzt hier rausfinden, na? Ich find's ganz schwierig einzuschätzen. Ich weiß, was eine Person auf jeden Fall geschrieben hat, aber ich weiß, dass mehrere Leute schreiben, aber ich schreib, ich sag mal Jägermeister. Du sagst Jägermeister? Jägermeister ist ganz, ganz knapp dabei. Aha. Das ist der sechste Platz. Dennis, es war nur Dennis. Ne, es waren zwei Leute, es waren zwei Leute, ja. Okay, aber Dennis ist dabei. Zwei Leute, übrigens fünf Leute waren Bier, ne? Und zwei Leute waren, äh, Jägermeister. Äh, Saskia? Ich sag jetzt einfach mal Wodka-E. Guter Kohl. Wodka-E? Bei mir viele Freunde immer, ja. Ja. Ich trinke leider kein E, deswegen Wodka-O, aber Wodka-E ist auch mehr dabei als Wodka-O und Wodka-E ist auch drin und zwar sogar über Jägermeister und damit den fünften Platz 120 Punkte für Saskia TTV. Du hast übrigens grad gespoilert, dass Wodka-O ... Ne, ne, Wodka-O steht hier nicht, aber weil hier kein Wodka-O ... Ja, gut, stimmt. Ja, Darlene, es ist nicht Wodka-O, das kann ich dir schon mal sagen. Ähm, was glaubst du denn, was ist denn noch in diesen drei kleinen freien Plätzchen? Ja gut, also mal was non-alkoholisches, maybe? Könnte sein. Ich weiß es nicht. Ich seh's nicht, ich hab meine Augen zu. Also ich wollte auch Bier nehmen, das ist ein bisschen leider schlecht jetzt, aber wie wär's mit Cola? Cola, Darlene. Cola ist, ähm, mit Bier zusammen auf dem ersten Platz mit fünf, wurde aber danach geschrieben, und deswegen 180 Punkte nur, weil's auf dem zweiten Platz ist. Cola ist dabei. Auf die Idee bin ich nicht gekommen, dass es auch alkoholfrei sein kann. Ja, ja, ja. Ich hab extra die Frage so formuliert, dass es auch alkoholfrei sein kann. Ähm, Cola ist auch so ein Getränk ... Also für die Minderjährigen, die Crossness erwähnt hat, die können dann lange wach bleiben, die trinken sich da ein bisschen Koffein rein quasi. Und dann geht der Partyabend auch los, ne? Und dann rein Kopf und dann ... Ja, oh, zack, zack. Ich hab heute eine Cola Zero getrunken, heute schlaf ich nicht. Das kann alles passieren. Ja, was hatten wir noch? Wir hatten, äh, erstaunlicherweise noch zwei unalkoholische Getränke. Ich hab das Gefühl, hier sind Leute nicht so viel am Partymann. Also, Chad, was soll denn das? Was ist mit euch los? Hä? Reißt du dir da immer zusammen? Wir hatten noch, ähm, Wasser. Und wir hatten noch eine Art von Wasser, und zwar Wurstwasser. Was? Jägermeisters unter Wurstwasser? Jägermeisters unter Wurstwasser, weil Wurstwasser schneller war, waren aber halt auch, ähm, zwei. Also Wasser, Wurstwasser und Wodka, eh, und Jägermeister waren alles zweimal, aber halt später. Oh, scheiße. Also, ich hab sogar schon mal von irgendwem gehört, dass er Wodka-Wurstwasser trinkt. Ähm, warum auch immer man das freiwillig macht. Ich hab das schon mal für fünf Euro gemacht, als ich klein war, aber das war's dann auch wieder, ne? Ey, cool. Das ist insane. Diesmal auf jeden Fall nicht so ein Riesen-Vorsprung von Crossness wie sonst. Ähm, 40 Punkte zu Dalin, 160 Punkte zu Kisa und, äh, 280 Punkte zu Saskia. Wie gesagt, ist noch alles offen. Man braucht jetzt nicht tilten, und ich guck nicht in Missens Gelb. Es ist alles gut. Ja, nein, alles gut. Alles gut. Okay, Chad. Ich hab mich dran gewöhnt, dafür wieder zu sein. Oh. Oh. Ey, gleich kommt ne Frage, und du haust uns alle ums. Ja, wer weiß. Wer weiß. Es ist ja auch sehr random, Wurstwasser bei den besten Partygetränken hab ich auf keiner Tierliste bis jetzt gesehen, die ich mir angeguckt hab. Ähm, hier kann alles passieren. Ich würd sagen, Chad, ich hoffe, ihr seid bereit, wir gehen in die nächste Frage rein, und die ist. Was ist ein No-Go beim ersten Date? Tilti TV. Ne, Saskia heißt die schon, ne? Saskia übrigens auch am Essen. Crossness, warum hast du eigentlich nichts zu essen? Das ist hier anscheinend die Regel. Ich bin erst aufgestanden. Kumo. Kumo. Ähm, Crossness, was war deine, ähm, deine schlimmste erste Date-Erfahrung? Junge, ich bin quasi ne Virgin, man, ich hab keine ersten Dates. Ich hab, ich hab wirklich echt, geil, so gar nicht. Ich hab in meinem Leben zwei erste Dates gehabt, die waren beide okay. Die waren beide okay. Also es hat, okay, okay. Außer, da, ja, nee, doch, ja, doch. Dann frag ich natürlich den Falschen, ne? Dann, dann wechsle dich mal lieber auf Dalin. Dalin, was war dein, also, falls du, falls dein Freund jetzt nicht hier ist und es mit ihm war, sag's nicht, sag's nicht, sag einfach, du hattest gar kein erstes Date. Aber was war denn dein schlimmstes erstes, oder der schlimmste Moment in deinem, äh, schlimmsten ersten Date quasi? Super, aufdringliche Leute. Das mag ich einfach generell nicht. Also auch nicht bei einem Date oder so. So richtig aufdringliche Leute. Okay, dann schreib ich dir gleich. Super. Ich kann euch sagen, ähm, aufdringlich, äh, ist natürlich blöd. Es gibt aber weitaus schlimmere Sachen, würde ich sagen. Gott sei Dank haben wir das alle noch nicht erlebt. Vielleicht hat's der Chat erlebt, äh, es kann, man kann auch sagen, äh, Sachen sagen, wo man, die man natürlich nicht selber erlebt hat. Und der Kieser kann da mal den Vorreiter machen. Kieser, was würdest du sagen, sagen die Chats, was das Schlimmste ist, was sie im ersten Date erlebt haben oder was sie sich vorstellen könnten? Ich find's sehr schwierig einzuschätzen, aber so das, was mir so in den Sinn kommen würde, wie man's halt in den Chat schreiben kann, ist aber halt so, am Handy zu sein oder aufs Handy zu starren. Beim ersten, also so Handy, find ich irgendwie ein No-Go. So, so ein ganzes Date am Handy hängen ist, find ich auch sehr, sehr schlimm. Ähm, bin ich sehr abgefuckt drüber. Hab ich gestern sogar ein TikTok drüber gesehen. Ähm, aber um dich nicht auf die Folter zu spannen, Herr Kieser, du gettest wieder Punkte, Handy ist dabei, auf Platz drei. Yo, let's go. Let's go. Und damit zu Crossness aufgeschlossen. Falls er gleich falsch ist, seid ihr im Gleichstand. Saskia, was ist denn, äh, was ist denn deine, ähm, Vermutung? Boah. Wenn jemand den nackten Mann lacht. Wie, sprichst du da, also, was, hä? Versteh ich nicht. Das ist doch der Mann. Keine Ahnung, ich hatte erst ein Date, so, so ein einmal, erstes Date und das lief gut. Ich hab da keine Erfahrungswerte. Okay, das hab ich jetzt nicht gedacht bei dem Gesicht, aber naja. Hallo, das war ein Kompliment. Ich muss das auch kurz einsortieren. Ja, 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 ja. Ähm, da muss ich mal eben gucken. Den nackten Mann, ja, ähm, hat keiner geschrieben. Wow. Aber, es ist, äh, es ist sexuelle Belästigung dabei und das würde ich jetzt einfach mal nehmen. Ähm. Und damit 100 Punkte für dich, weil's ja, also, ich hoffe, alle sind fein dafür. Am Ende entscheide ich's natürlich, aber, ähm, ich finde, das sollte schon ungefähr in der gleichen Region eingeordnet werden. Darlene. Versteh ich gar nicht, hä? Also. Da das ja so ein Chat-Quiz ist, würde ich jetzt mal eher auf so eine Sache gehen, wo ich jetzt nicht selber drauf kommen würde, sondern eher so, keine Ahnung, wenn irgendjemand einen fahren lässt, so furzen oder so. Uh. Furzen, ähm, beim ersten Date, finde ich ganz normal. Also, beim ersten Date vielleicht nicht. Ich geh in das Restaurant und sag's zu dem Kellner, Junge, hast du das schon mal gerochen? Und dann sag, ähm, furzen, äh, was soll ich sagen, Darlene, ähm, viel Spaß mit den Punkten, Furzen ist auf Platz 1. Alter, no way. Ja, stark, Junge, Chat ist echt minderjährig. Lasst euch die Cola schmecken, Leute. Oh, Crosses, wenn du das so normal findest, vielleicht ist das ja das Problem, dass du noch kein erstes Date hattest, so, weil du vorher schon furzt beim Kennenlernen oder so. Oder beim Schreiben, du schreibst die Mädels auf Instagram mit einer Sprachnotiz ab. Ich mach immer Voice-Mass, weil ich furzen muss. Morgen, Mädel, Alter, hast du Bock auf ein Date? Oh, Mann. Ähm, ich, boah. Was ist deine, deine Antwort, mein Freund? Ich würd's tatsächlich, ähm, ja, mit, ja, wenn, wenn ich jetzt, ah, scheiße, ja, Aufdringlichkeit, sag ich. Aufdringlichkeit? Das war ganz schön aufdringlich von dir. Hast du das jetzt etwa von, von Darlene geklaut? Ich hatte auch damit gerechnet, dass sie das selber sagt, eigentlich. Ja, irgendwie, ne, ja, wenn man, ja, ich denke mal, ich gucke mal, ob wir das hier irgendwo haben. Oh, scheiße. Ähm, leider, nein. Oh, wie schade. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ich weiß nicht, also, ich hoffe, das waren nicht eure persönlichen Erfahrungen, Chat. Das, das kann, ja gut, das kann auch, also, ne, man kann das. Kann auch Full Go sein. Ja, kann, also, was wir noch dabei hatten, was jetzt nicht in den Top 6 ist, ist reden. Ähm, ich weiß nicht, was ihr so auf euren ersten Date macht, so. Lass mal ins Kino gehen und nicht reden. Und danach einfach wieder fahren. Mit getrennten Autos, geile Idee. Einen fahren, ja, ja. Einen fahren lassen, ja, auch gute Idee. Reden, küssen war dabei. Äh, wo ich sagen würde, küssen ist dabei. Aber ich würde sagen, also, falls das eine ernst gemeinte Antwort ist, küssen würde ich sagen, kommt immer auf den Vibe an, ne? So. Und auf den Club halt. Ich bin nämlich absolut legitim. Ja, schon, also, ja, wenn beide das, klar, ne? Also, wenn es übel matcht, dann küss ich die auch, sag ich dir, wie es ist, Alter. Kurze Gegenfrage allgemein hier in der Runde. Wie sieht es mit GV beim ersten Date aus? Oh, das ist eigentlich eine gute Frage, ne? Muss ich ja, ich will dich als erstes antworten. Das ist eine Frage an die Mädels. Ja, wenn es passt, dann ist es doch super. Ja. Hm, okay. Also, das gleiche wie bei Küssen, ja. Äh, ja, sag ich auch so. Wir hätten noch Mundgeruch. Fett, Toilette, Kino, ungepflegt. Wie Anti-Gamer alles verkacken. Äh, Verspätung. Awkward Silence. Zu spät sein. Verspätung. Uh, Awkward Silence. Ja, Awkward Silence ist auch stark. Aber eigentlich geht aber eigentlich auch nicht ohne. Ein erstes Date ohne Awkward Silence ist eigentlich auch kein erstes Date. Das ist eigentlich ein Must-Have, ne? Ja. Ja, weiß ich gar nicht. Also, seitdem ich Streamer bin und erste Dates habe, rede ich sehr viel, weil ich halt ein Streamer, weil ich voll und ganz Streamer bin. Und das wird oft, äh, da wird sich drüber beschwert, ja. Also, dann lieber Awkward Silence, gebe ich euch den Tipp, als Dating-Doktor-Timon, Alter, sag ja, wie es ist. Äh, dann hat... Einfach die Person anstarren, währenddessen... Ja, am besten, ja. ...in die Augen starren. Ja, und dabei einfach den Gürtel aufmachen. Das ist auch immer ganz wichtig. Und das Bein heben und furzen. Ja, ja. Und, und noch ins Trip-Club dabei gehen und Freunde mitbringen. Das sind noch hier die Sachen, die hier auch gestehen. Wie bitte? Alles Profis hier. Ich bin doch froh, dass ich nicht so viele Dates hatte. Ich sag dir, wie es ist, es ist ganz, ganz schlimm. Ich hasse erste Dates eigentlich, aber manchmal sind sie auch cool, ne? Aber naja. Ähm, ja. Das war, äh, Runde 3. Ähm, schöner Talk. Schöner Talk, bitte. Ja, Crosses. Du lachst, weil ich dir alle meine ersten Dates im Auto nach Düsseldorf wahrscheinlich erzählt habe. Ah, das war eine schöne Autofahrt, ja. Eine schöne Autofahrt, Herrmann. Ja. Okay, ähm. Weg von der Autofahrt, rein in die nächste Frage. Ähm, wir gehen rein. Chat, ihr seid bereit. Mit Hashtag startet eure Antwortmöglichkeit. Und zwar ist die nächste Frage. Nenne etwas, was man jeden Tag macht. Saskia, was machst du denn jeden Tag außer 18 Stunden schlafen? Ähm. Okay, cool. Kiesa, du? Ich, man hat nix gehört, man hat nix gehört. Schluck aufhaben. Schluck aufhaben? Du hast jeden Tag Schluck auf? Ja, ich hab jeden Tag Schluck auf. Was? Ist das diagnostiziert? Äh, ich hab's halt jeden Tag. Das weiß ich ja. Crosses meint, ich übersetze das kurz für dich, Saskia. Warst du damit schon beim Arzt? Ja, und er meint, das wäre okay. Oh, okay. Also für mich ist das okay, dass du jeden Tag Schluck aufhörst, sagt der Arzt. Und tschüss. Toller Arzt, ja. Darlene, was machst du jeden Tag? Schlafen. Keine Ahnung. Ja, ist ja eine Viable-Antwort, ja, natürlich. Schlafen, ja. Kiesa, was ist so deine Daily-Routine außer Schlafen und Schluck aufhaben? Die Klassiker sind ja schon raus, also Essen. Aber ansonsten, also 24-7 am Rechen hängen, ne? Also mehr machen wir ja auch nicht. Ja, gut, das, ja. Also. Crossness, um die Runde zu vervollständigen, was ist so deine Daily-Routine außer Fitness? Ich gehe tatsächlich jeden Morgen angeln. Fishing Friends hier am Spielautomaten zählt nicht als Angeln. Ach so. Scheiße. Essen? Essen, okay. Das ist genauso weird, aber naja. Saskia, komm, dann hol doch jetzt mal ein paar Punkte. Was sagst du denn? Ähm, was machen die meisten Leute in unseren Chats? Äh, jeden Tag. Nee, hat man nicht gehört? Äh, doch, was? Essen. Essen. Saskia, Essen ist natürlich auf Platz 1. Let's go. Und damit 420 Punkte. Super. Super. Let's go. Let's go. Essen. Krass, dass Leute essen. Hätte ich nicht gedacht. Ja, hätte ich auch noch gedacht. Ähm. Äh, wer ist? Darlene. Darlene. Außer Essen. Ich musste gerade schon, ich musste gerade bei der Frage schon lachen, als du mich gefragt hattest, was ich mache. Weil gerade die Antwort kam mit dem Ornanieren, würde ich das jetzt tatsächlich auch einfach mal wieder... Noch einmal, das wollte ich sagen. Ähm, ja. Also, wir haben viele männliche Zuschauer. Ähm, Ornanieren ist dabei und auf Platz 3. Ja, danke, Leute. Krosis, wie sieht's bei dir aus? Every day? Schlafen dann. Nee, ich mein, ich mein, Ornanierst du jeden Tag? Nee, ich hab tatsächlich seit 900 November, ich bin quasi abstinent. Immer noch. Den wichsen abstinent. Nein, natürlich nicht, natürlich jeden Tag, Bruder. Ja, gut, ich dachte gerade schon, Alter. Die Bewegung im Auto habe ich doch erkannt, der Vordermann. Also, naja. Äh, Krosis, aber... Das ist was anderes, ja. Ach so, ah, okay. Äh, was, was sagt denn der Chat? Außer Ornanieren und Essen. Ja, schlafen, sagt der Chat. Schlafen, sagt der Chat. Ähm, Realtalk einfach nicht. Ja, verdammt. Die, die sind alle... Also, Realtalk macht man's auch theoretisch nicht jeden Tag, ne? Wenn man mal so einen Sabaton macht oder so. Also, es geht ja wirklich um jeden Tag, ne? Aber Ornanieren macht man ja auch nicht. Also, ja, gut, okay. Ist egal. Aber ich weiß, was du meinst. Ich hätt's auch gesagt. Alles gut. Kisa, ab geht's. Ich versuch mit dem Priming zu gehen und hoffe, dass die halt immer noch Furzen im Kopf haben. Deswegen Furzen. Hm. Kisa, hättest du mal ein bisschen stärker gedrückt und hätt's Kacken gesagt, Furzen ist nicht dabei. Aber ich kann auch kacken, sondern ich jeden Tag. Ja, guter Call, kacken hab ich gar nicht gedacht. Kacken auch, oder nicht? Nein. Also, viele kacken jeden Tag. Ich nicht, aber kacken wäre Platz zwei. Ja, aber das ist wirklich Everyday-Ding. Aber ich kann richtig, also meine Arbeitskollegen gehen jeden Tag kacken. Das kann ich dir sagen. Wenn ich pinkeln kann, dir riecht's da. Ey. Ja, es wär noch dabei gewesen, kacken, es wär noch atmen dabei gewesen, duschen und, ja, theoretisch hätt ich das zusammenfassen können, da hab ich nicht dran gedacht. Masturbieren wär auch noch dabei gewesen. Das heißt, theoretisch hätte Darlene jetzt mehr, warte, nee, nee, alles gut. Nee, nee, das sind, äh, Realtalk auch sogar alle Antwortmöglichkeiten. Es wurde nichts anderes geschrieben, außer die sechs. Oder es wird mir nicht angezeigt, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das alles, was hier ist. Duschen jeden Tag ist auch heftig eigentlich, ne? Atmen ist auch smart. Für die Haare ist das auf jeden Fall ungesund. Und für die Umwelt, logischerweise. Für die Haut auch, ne? Das sagen unsere Mädels mit den geflickten. Eutern. Was? Keine Ahnung, was die Wertzahl ist. Nicht eutern. Ich hab heutern gesagt. Nein, ja, 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 ja. Alter, ja, komm. Gut, ist natürlich, ist natürlich jetzt, ähm. Sag doch einfach blöde Kuh, Timon. Sag doch einfach. Ja, ist halt so. Ja, ich sag gar nichts mehr, Alter. Nächste Frage. Besser. Jetzt angepisst, Alter. Nenne ein anderes Wort für Reden, Chat. Chat, anderes Wort für Reden. Jetzt, let's go. 60 Sekunden mit Hashtag am Anfang in den Chat. Nicht, wenn man einen Glatz hat, dann ist es nicht schlecht für die Haare. True. True. Gut, dass du sagst. Aber die Haut immer noch. Immer noch, genau. Was sind, was sind eure, äh, Way to go, ähm, Synonyme für, äh, für Reden, Crossness? Ich muss mir kurz was anderes ausdenken, als das, was ich wirklich sagen würde. Ah, okay. Ja, gut. Äh, wrabbeln. Ach, Chat, Jungs. Ihr macht mich fertig. Ja, brabbeln, okay, ja. Ist, 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 gut. Das, ich, nein, das ist schlimmer. Kiesa, was machst, was sagst du so zu, ähm, Reden in deinem Alltag als Synonym? Also, es ist sehr schwierig, eine Frage zu beantworten, die jetzt der Chat beantworten soll, weil dann primen wir die, ja. Es sind drei Sekunden noch Zeit, bis sie das hören, sind die... Ich sag eigentlich quatschen, labern, schnacken, was halt. Mhm, okay. Ja, cool. Damit ist die Runde auch, äh, beendet für den Chat. Ähm, und Darlene darf wieder anfangen. Wir sind schon in Frage... Ja. Fünf. Muss ich kurz, äh... Ich glaube, labern ist so das deutlichste Wort, was wir alle sagen würden, oder? Wo jetzt keiner... Meinst du, labern benutzt man in ganz Deutschland? Ja. Weil bei uns benutzt man babbeln, aber labern ist, glaube ich, eher... Labern, meinst du? Sagst du labern? Labern. Logst du labern ein? Ich logge labern ein. Labern lockst du ein und labern ist auf Platz 1. Uh. Uh. Crosses, was ist denn vielleicht auf Platz 2? Sprechen. Das ist jetzt ein bisschen zass, aber sprechen ist auf Platz 2. Mach die Chats aus, Jungs. Mann. Kiesa, was sagst du? Was ist auf Platz 3? Quatschen. Quatschen ist nicht auf Platz 3, aber auf Platz 4. Sascha, jetzt wird's langsam eng. Ja. Quasseln? Quasseln? Ja. Quasseln ist nicht dabei. Oh, nein. Ähm, warum ich gelacht hab? Platz 3 wäre... Euter gewesen. Oh. Ja, es wurden erst schon 3 Clips hier reingeschickt, also alles gut. Ähm, dann wäre noch Schwatzen dabei gewesen. Und Kiesa hat's eben auch schon erwähnt, Schnacken. Ah. Was auch noch dabei ist, aber leider nicht in den Top 6, ist Sabbeln. Sabbeln finde ich persönlich sehr cool. Talken finde ich auch super. Wie talkst du eigentlich? Was talkst du? Schon wieder so toxic talking, Alter. True. Schön, schön. Ey, das war... Habt ihr eigentlich sehr gut gemacht, ne? Also Platz 1, 2 und 4 ist schon heftig. Und Sascha hat auch mitgespielt. Cool. Sag, du hättest mal Euter gesagt, ne? Sascha, hättest du mal Euter gesagt, das hier. Einfach mal den ersten Gedanken nehmen und rein. Sascha, lass mal später Euter, ne? Genau, wir Eutern später noch. Euter-Item in Fortnite, ist das neu, oder? Naja, ich sammle das auf in Legendär. Ab geht's in die nächste Frage. Nenne dein Lieblingsspiel. Jungs, ihr dürft natürlich Computerspiele sagen, ihr dürft Brettspiele sagen, ihr dürft Spiele sagen, wo man, was weiß ich, auf der Straße rumrennt. Also fangen wäre zum Beispiel möglich, verstecken, alles mögliche. Oh, da sind sie schnell im Tippen, auf jeden Fall. Was ist euer Lieblingsspiel, Streamer? Wir nehmen als erstes Saskia, haben wir gerade nicht gefragt. Saskia, was ist dein Lieblingsspiel? Hat man mich gehört? Nein. Jetzt steckt mal das Mikrofon in den Mund. Fortnite! Ja. Echt? Fortnite, du mein Sohn. Cool, Fortnite fühle ich, ja. Kisa, was ist dein Fortnite-Game? Also bei Singleplayer auf jeden Fall die Trap Become Human und beim Multiplayer Valorant natürlich. Also gibt's auch Spiele, die du in echt gerne spielst? Ähm, ja, tatsächlich, also auch so was wie Codenames, ich lieb Brettspiele. Äh, was haben wir denn nochmal zusammengespielt? Wie hieß das? Mayan? Äh, Mayan, ja, das ist auch das Mexien. Mayan oder Mexien, das ist auch super. Ja, das haben wir gespielt, das war lustig. Zum Saufen. Ja, zum Saufen. Cola? Nee, nicht Cola. Cola? Mein Vater war danach besoffen, also. Äh, wir haben alle Schnäpse leer gemacht vom Vortag, ne? Oh, schön, guck an. Ich weiß gar nicht, was war denn das? Das war irgendwie so ein Traubenschnaps? Und was war denn, und dann irgendwie, ich glaub, Apfelkorn? Ich weiß es nicht mehr genau. Kisa war das halbe Game auch nicht dabei, die war einfach draußen auf dem Garten. Die hat sich auf die Wiese gelegt. Ich glaub gar nicht. War das nicht der? Aber Waldmeister Schnaps oder was das war? Das war ja geil. Ja, stimmt, der Waldmeister Schnaps. Ja, Paku schreibt auch, das war Waldmeister. Oh, der war ja. Danny schreibt, grün und danach keine Ahnung. Gut, gut. Ähm, okay, dann Crossness darf anfangen. Crossness, was hat denn der Chat gesagt? Also ich bin mir sicher, dass es nicht auf Platz 1 ist, aber ich wäre enttäuscht, wenn es nicht dabei ist. The Witcher 3, Wild Hunt. Nomm, 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 nomm. Ähm, ja. Witcher ist dabei. Witcher ist Platz 4. Nehmen wir. Das gönnen wir dir. Fieser. Nicht so anstrengend. Ich find das sehr schwierig. Es ist sehr schwierig. Ich will gar nicht in eurer Haut stecken. Was meinst du, warum ich immer Host bin? Du meinst meinen Eutern. Euter willst du den Rest des Abends, geil. Ich nur des Abends, das hör ich mir in drei Monaten an. Ich bin ja so gut, ich denk halt so, ja, weil es ja meins ist und ich das streamen und viele zuschauen, bestimmt, aber voll viele hassen das Spiel ja auch. Ich find das sauschöner. Welches jetzt? Ja, bei Valorant. Achso. Voll viele, die sich zuschauen haben, mögen das ja nicht mal. Ähm. Also es geht um Lieblingsspiel, nicht mögen, ne? Also wirklich das absolute Lieblingsspiel. Ja, das ist ja das Problem. Ja, ja, gut. Wolltest du nochmal erwähnen? Was sagt denn so der Chat? Weil, ah, ich gamble jetzt einfach mal, weil es ein Brettspiel ist, was vielleicht viele mögen. Siedler von Katan. Mal gucken. Exotisch. Ja. Exotisch, ja. Und zu exotisch, sag ich mal, ist es nicht dabei. Oh. Saskia, was ist, ähm, was, was denkst du, was, du brauchst nicht Angst haben, ich bin doch bei dir. Ähm. Denk dran, das Mikrofon näher an den Mund. Ja, ich überlege, ob ich das wirklich sagen kann. Okay. Du, also, alles, was in, was Toss ist, ist okay. Ja, ich wollte Sex sagen. Das kannst du sagen, ja. Ja, wollte ich sagen. Also du meinst das Liebesspiel. Genau. Äh, nee, leider nicht dabei. Schade. Das ist traurig. Sex jetzt oder die Punkte? Die Punkte. Ach so, okay. Okay, schade. Ja, gut. Darlene, Darlene, was, was ist los? Erzähl mal. Lenk schnell ab, komm. Ähm. Ja, da wir ja alle versions sind, würde ich schon mal auf League of Legends tippen. Äh, oh. Oh, League of Legends ist, ähm, war beim letzten Mal bei der Frage nicht dabei, ey, vor einem Jahr. Dieses Jahr hat's aufs Platz 1 geschafft. Was? Schmutz. Schmutz, Alter. Wie sauer. Ich hasse und liebe dieses Spiel gleichzeitig, deswegen ich fühle dieses Lieblingsspiel. Ja, das ist so. Ähm, Saskia war aber mit Sex gar nicht so weit weg. Oh nein. Weil 5 gegen Willi wäre Platz 2 gewesen. Vier Leute haben wirklich 5 gegen Willi geschrieben. Das kann ich jetzt nicht mehr machen und für mich zählt das an dich. Also, wenn du schon mal 5 gegen Willi gespielt hast, dann weißt du, dass sich das anders anfühlt. Ja, ich kann das nicht, aber... Ja, doch schon. Also, ich hätte masturbieren und unanieren dazu gezählt. Ja, aber das hat keiner geschrieben. Ja, tut mir wirklich leid. Dann gab's Leute, die haben einfach gegambelt, aber Vailo wäre Platz 3 gewesen. Oh, ich dachte, nee, komm. Och, nee, ey. Dann natürlich der altbekannte Klassiker, Fortnite, Wurrensohn. Fortnite hasst jeder. Zwei Leute nicht. Saskia schreibt wahrscheinlich selber in irgendeinen Chat von uns, ich hab das schon ein Gefühl. Sonst hätt ich's ja genannt. Paco hat sogar Masturbieren geschrieben, aber das Wort ist bei Saskia im Chat gebannt, deswegen. Das hat's nicht gezählt. Aber wär ja eh egal gewesen, also, ist ja egal. Ja, sie hat Sex gesagt, ja. Hallo, Marcel! Ja, wir hätten noch Final Fantasy gehabt und Zelda. Kein Mamo, kein Mensch ärgere dich nicht. Kein Mamo, kein Mensch ärgere dich nicht. Kein Siedler auf Katan. Kein Knack. Kein Romy. Kein Pokémon auch nicht. Ach. Ja, wir haben nicht so die Nintendo-Communities, glaub ich. Hab ich das Gefühl, ne? Nee. Hat irgendwer eine Switch von euch? Ja, Saskia hat eine Switch. Sie spielt Fortnite auf der Switch und nicht auf dem PC. Das wirst du gleich sehen. Heute spiel ich auf dem PC. Heute spiel ich auf dem PC. Bleib mal locker. Was soll das denn? Hä? Seit wann das denn? Seit zweimal. Seit zweimal? Okay. Geile Zeitspanne, Saskia. An der Stelle gehen wir auch in die Rekte. Frage 7 rein. Alles gut. Alles gut. Wir gehen in die nächste Frage. Und die nächste Frage ist, nenne deinen Traumberuf. Es ist keine Frage. Es ist einfach ein Satz. Crosses, was ist dein Traumberuf? Ich weiß, du studierst noch? Ich möchte gerne Bäcker werden. Bäcker. Ja, dann back mal kleine Brötchen. Und ich frage den nächsten. Darlene, was ist dein Traumberuf? Mediengestalter. Ich liebe meinen Traum. Du lebst deinen Traum, sagst du? Ja, ich leb meinen Traum. Zu viel Digimon geguckt, okay. Ja. Okay, cool. Ja, finde ich auch echt interessanter Job. Nicht so wie Bäcker. Oh, was? Du kannst doch nicht Bäcker frohen. Ein Bäcker sind cool, aber ich hätte gar keinen Bock. Wo sind die Brötchen? Ja, eine Pizzaschnecke und ein Fleischbrötchen beim Bäcker. Aber ich habe keinen Bock, so früh aufzustehen. Deswegen wäre es nicht mein Traumberuf, ne? Saskia, was ist dein Traumberuf? Wenn ich jetzt nicht zu alt dafür schon wäre, hätte ich gerne Modedesign gemacht. Bist du da jetzt? Ist man jetzt schon zu alt für Modedesign? Doch. Fuck, mein Leben ist vorbei. Das ist zu alt für Modedesign. Karl Lagerfeld wäre stolz. Karl Lagerfeld wäre stolz. Krise, um die Runde komplett zu machen. Was ist, oder doch, was ist dein Traumberuf? Ich habe keine Ahnung, vielleicht systemische Psychotherapeutin, aber so Twitch und so, Schauspieler und Modeler dabei, das würde ich auch nehmen. Mach dir dann die Kleider. Ja, guck mal. Das wäre cool, das wäre cool. Oh, es wurden sehr viele verschiedene Sachen gesagt, das kann ich euch schon mal sagen. Boah, ich finde das sehr schwer, was vom Chat der Traumberuf ist. Also Platz 1 fühle ich komplett, sage ich, ob ich es ist. Pornodarsteller. Ich hätte jetzt so gesagt, ich weiß jetzt nicht, in welche Oberkategorie man das halt so machen kann, aber so ein bisschen Freelancer-slash-selbstständig sein. Warte, mir fällt gerade auf, ich kann gar nicht auf Zusammenfassen drücken, Mello. Der ist ausgegraut, der Button. Oh. Gut, dann machen wir das heute so. Was ist, Selbstständigkeit, weiß ich nicht, ich glaube, du musst das, also ich, ich glaube, du musst da einen Bereich sagen. Du kannst ja, du kannst ja, du kannst ja, ne, du kannst ja selbstständig sein als alles. Ich sage Influencer. Influencer sagst du, okay. Weil viel Asche. Weil viel Asche. Ja. Ja, gut. Ich lese, es sind sehr viele Antworten, also es sind sehr viele Antworten. Influencer an sich ist nicht dabei, aber ich würde Vollzeit-Streamer da zählen lassen und das ist Platz 6. Mhm. Ist okay für dich, ne? Ja. Ja, guck, ja. Ja, das für dich. Ja, gut. Sassi, komm, jetzt geh mal vom 420-Trip runter, erzähl mir mal, was hat der Chat gesagt, ist deren Traumberuf? Ich überlege noch. Ja, ja, ich weiß. Ich höre es qualmen. Millionär sein? Sassi, ich gebe dir noch eine Chance, okay? Keine Ahnung. Also dein Traumberuf ist Erbe oder was wolltest du damit sagen? Verreich sein? Warte, ich überlege, ich überlege noch eine Sekunde. Du kannst es ruhig sagen, also. Ja, dann logge ich das ein. Du sagst, dein Traumberuf ist Millionär sein. Ja. Also dein Traumberuf ist Geld haben. Ja. Okay. Fühle ich, fühle ich komplett. Ist auch, äh, sogar dabei. Auch, auch Platz, also unter Platz 6 gibt aber auch 100 Punkte anscheinend, okay. Ah, danke. Das hat jetzt das andere verdrängt, naja. Ist halt so. Schön von den 420 Punkten weg. Aber Kiesa hat nicht die Punkte abgezogen gekriegt, ne? Nein. Nee. Nee, okay, gut. Okay, dann Darlene. Ich brauche noch mal 100 Punkte. Ja, ja, komm, komm, komm. Also. Darlene, mit 1120 Punkten. Ich habe schon erwähnt, aber ich fühle den Pornodarsteller tatsächlich. Du fühlst den Pornodarsteller, sagst du? Also, kannst du das anders ausdrücken vielleicht? Das ist vielleicht nicht so gut ausgedrückt, dass du den fühlst, den Pornodarsteller. Achso, lieber fühle ich den nicht, aber es gibt bestimmt Leute, die werden das gerne. Äh, da hast du recht. Boah. Alter. What? Zweiter Platz. Es wäre der erste Platz gewesen, aber ich kann diesen Summarize-Knopf nicht drücken. Leider. Oh, lol. Das tut mir leid. Das ist einfach ein technischer Fehler hier in der Regie. Regie. Crossness, wenn du gerade nicht deinen Kuli aufisst, was sagst du, ist vom Chat der Lieblingsberuf? Ich glaube, dass das nicht wirklich der Lieblingsberuf von irgendwem ist, aber das ist auch meine erste Antwort, wenn mich jemand so etwas fragt. Und das ist Astronaut. Oh, okay. Also, du gehst wieder auf dieses, ähm, auf dieses minderjährige, äh, Denken, ja. Ja, das ist so ein Klassiker, ne? Leute haben noch Träume, okay. Leute haben noch Träume, ja. Gut. Ähm, ja. Muss ich dich, glaube ich, ähm, äh, mit Punkten nicht bereichern? Schön ausgedrückt, der Satz. Ist nicht dabei. Es ist leider nicht dabei. Wir hätten auf Platz 1, und ich kann's komplett relaten, und wer dagegen stimmt, also, dass da auch keiner von euch drauf gekommen ist, ist halt auch einfach wirklich dumm. Der erste ist natürlich Timon. Es ist natürlich, also, es war natürlich von Anfang an klar, dass Timon hier der Traumberuf von den meisten Leuten ist. Ich weiß nicht, was ich so in meinem Leben tue, aber anscheinend... Wie kann man sich bewerben, dass man das lernt? Äh, äh, bei, bei dem Erdmännchen-Squad. Aha. Ähm, ja, dann kam das mit dem Summarize, ne? Porno-Darsteller wäre auch Platz 3 gewesen, also Pornostar, das hätte ich zusammengefasst, aber geht leider nicht. Ähm, Platz 4 ist Harzen. Äh, auch fast so ein geiler Beruf wie Millionär, finde ich. Äh, cool. Und dann, äh, dann haben wir noch, ähm, ja, den Frauenarzt. Äh, aber da reden wir auch gar nicht lange drüber, über den Frauenarzt. Ich würde so gern wissen, von welchem Chat das kommt. Echt auch, ja. Hundertprozentig von meinem Chat. Äh, ich kann mal bei mir scrollen. Ich könnte mir Timon sehr gut vorstellen. Ja, bei mir könnte ich mir das auch vorstellen, ne? Also, ich hab da auch so 3-4 Kandidaten, die das auf jeden Fall geschrieben hätten, könnten tun. Äh, nee, bei mir ist es, glaube ich, Frauenarzt ist hier. Ja, doch, Kathi hat Frauenarzt gemacht, ja. Und Koro. Koro hat sich gedacht, was Kathi schreibt, mach ich auch. Äh, super, ihr beiden seid richtig toll. Das war eine super Idee, Kathi. Ja, guck mal, da wird's direkt geschrieben. Okay, okay, okay. Frauenarzt, lassen wir mal außen vor. Ähm, ist auch eine Band, vielleicht meinten die einfach, vielleicht meinten die die Band, ne? Die Gruppe. Ähm, denke ich mal, ne? Auf jeden Fall. Die Frauenärzte, ne? Mhm. Ja, ja. Frauenarzt und Moneymark. Disco Pogo. Ab geht's. Nächste Frage ist, nenne etwas, was dir einfällt, wenn du an den Sommer denkst. Was, was springt euch gerade im Kopf rum? Saskia, du als Sommerwesen, was, was ist in deinem Kopf, wenn du an Sommer denkst? Anscheinend nichts. See. Ein See. Ein See. Ja, am See chillen. Am See chillen. Bist du eher so die, die dann baden geht oder die sich sonnt? Sowohl als auch. Ja, ich kenn eigentlich nur immer die, wenn wir an den See gehen, dann geht die Hälfte rein und die andere Hälfte liegt da einfach nur. Und da gibt's kein, wir wechseln ab. Du kannst, Saskia ist ein Allrounder im See-Move, Alter. Trostos, gehst du auch bei uns am See? Wir haben doch so einen schönen See hier bei uns. Wir haben eine ganze Menge schöne Seen hier, aber tatsächlich geh ich nie in die Seen. War ich aber auch schon mal drin. Ja, und, 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 äh, was ist dein Gedanke an Sommer? Äh, Bikini-Tangas. Gut, kann ich relaten, ja. Kiesa, was, äh, woran denkst du außer an Bikini-Tangas? Äh, verdammt, ähm, Sonne, warm, geil. Sonne ist, Sonne, ja. Ja, Sonne, warm, geil. Hoffentlich hat das irgendwer so geschrieben. Äh, Darlene, was ist, was ist es bei dir? Sand, Wasser. Sand, Wasser, ja. Sonne, ja. Sand im Wasser auch oder eher nicht? Na, hauptsächlich in den Schuhen, aber ansonsten. Ich find's in der A-Schritts zu schlimmer als in den Schuhen. Ja, gut, da kann ich dir zustimmen. Ja, guck mal. Ja. Ähm, aber, Saskia, was hat denn, was hat denn, äh, unser, unser großer gemeinsamer Chat, was hat der denn geschrieben? Ich denke, irgendwas, also, Bikinis. Äh, oh, das ist schwierig, das ist schwierig. Boah, wieso immer bei mir schwierig. Das ist schwierig, ob ich das jetzt, das, äh, Bikini-Tangas. Badesachen würde ich auch zusammenfassen, ja. Aber es steht halt hier was anderes. Was steht denn da? Dann sag ich das. Ähm, 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 das wären so viele Punkte. Äh, ich muss es jetzt am Ende entscheiden, ne? Also, wir wissen ja, also, okay, ich, ich, ich lass es gelten bei, äh, bei Hot Girls. Und ich würde das, ich lass das nur gelten, weil keiner guckt ja auf den Bikini an sich quasi. Also, die Männer auf jeden Fall nicht, so, so, wie ich sie kenne. Deswegen, wir lassen Hot Girls für Bikinis gelten, Saskia, hast du nochmal gekappt. Ähm, Kisa nickt auch. Ich hätte gerne mal die Mitleidspunkte. Ja, klar. Das ist schön. Danke. Wie in Fortnite. Also. Darlene. Darlene, tell me. Ähm, außer Hot Girls. Die Hot Girls sind jetzt schon vergeben, das ist ein bisschen schlecht. Ja, ähm, ja, ich würde tatsächlich mit dir Strand. Du würdest Strand sagen, ne? Strand. Strand, ähm, denke ich auch dran. Ist auch dabei. Zweiter Platz. Darlene ist ein krasser Dude hier, ey. Ich bin richtig krasser Dude. Breiter als der Tisch, der haben wir gerade schon gekleidet. Vielleicht solltest du mal mit Crosses ins Fitness. Ja, wir haben Essen. Also Türrahmen. Türrahmen essen, ja, stimmt. Okay, Crosses dann, ähm, woran denkst du? Du im Sommer. Äh, ich würde Sonne sagen. Ich schätze, dass Chat Sonne geschrieben hat, viel. Ähm, Chat hat Sonne geschrieben. Chat hat aber nicht viel Sonne geschrieben. Auch 100 Punkte. Kiesa! Mal gucken. Außer mit diesem Patch bei Leak, woran denkst du? Ich würde warm oder wärmer halt sagen. Du würdest warm oder wärmer sagen? Sicher. Ja. Anscheinend nicht, aber. Wer weiß. An was ich denke. Das ist das, an was du denkst. Das ist auch das, was an dem zwei Leute gedacht haben im Chat. Und damit Hitze auch mit 100 Punkten. Also Hitze gehört für mich dazu. Fasse ich wieder zusammen. Ihr kennt das, ne? Schwach. Schwach, schwach, schwach. Okay. Wir sind in Eins. Ey, wir sind im Endspurt. Noch zwei Fragen. Es wird den ganzen Tag ein Eutern- oder doch Eutern-Tipp-Clip hier reingeschickt. Aber das ignorieren wir einfach mal. Leute, beruhigen sich doch mal. Achso, übrigens. Eutern wär Platz 1 gewesen. Sonnenbrand Platz 3, Eis Platz 4 und Ägypten Platz 5. Ägypten. 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 Was soll Heutern eigentlich heißen? Das war für mich in der Sekunde die Mehrzahl von Haut. Frag mich auch echt, wo du das Ehr herbekommen hast, ne? Von Haut zu Heutern ist auch wild. Kann das sein, dass ich Heuten gesagt hab? Nein, du wolltest Heutern, also Heuten wäre doch ein bisschen besser. Aber dann sagst du Heutern. Wir kommen da nicht mehr raus, was soll ich sagen? Natürlich hab ich nur an eure Euter gedacht. Ab geht's, weiter in die nächste Frage. Nenne dein Lieblings Haustier. Die Metzler wär heute übrigens gewesen, wird Dickert geschrieben. Nicht morgen. Ich hab jetzt gerade kurz geträumt. Was wurde gesagt? Ach, ich hab gerade kurz... Ich hab gerade kurz... Ich hab gerade auch Kiesa. Ja, ja, komm. Saskia, warum hast du denn immer... Gestern ist die einfach auch bei Gatic von, hat die nicht gemalt, ist eingepennt? Sagst du, da war ich glaube ich weg. Ja, ich... Na, alles gut. Saskia schläft gerne, Mensch. Saskia schläft gerne 18 Stunden und dann noch zwischendurch Sekundenschlaf. Es wurde gesagt, wie du auch in deinem Overlay oben sehen kannst. Nenne dein Lieblings Haustier. Okay. Ähm, ja. Was habt ihr Haustiere? Darlene hat gerade eine Katze da? Ja. Gerade oder immer? Also, immer. Immer, okay. Immer. Kiesa heißt Katze auf Russisch, aber Haustiere hat sie in ihrer WG glaube ich nicht. Nee, nee. Und unsere Katze ist ja auch verstorben vor ein paar Monaten. Äh. Äh, ja. Rip. Mhm. Mein Beilad natürlich. Ja. Ja, komm. Mensch. Saskia hat, glaube ich, auch keine Tiere? Nee. Und Crossnuss hat safe keine Tiere. Silberfischchen vielleicht. Du hast auf den Hund aufgepasst von deinen Tanten. Der hat an deinem Mikrofon genuckelt in der Podcast-Folge, wo du besoffen noch warst. Oh, fuck. Damn. Junge, ich kenn dein Leben. Ich hör noch deinen Podcast. Die Folge kam heute. Der ist tot mittlerweile, der Hund. Ich bin drin, Alter. Oh, okay. Und auch da an der Stelle auch nochmal ein Beileid, ne? Ja, ist schon länger her. Ähm, ja. Der Chat ist auch schon durch. Oh, krass, Bruder. Das war ein Fan. Ja, ich. Das war Schützenfest übrigens. Ja, hab ich mir gedacht. Ich wusste es direkt, weil es ein Dienstag war. Dachte ich, da war Schützenfest Montag im Spiel. Ähm, Darlene, was ist das Lieblingshaustier von den Leuten im Chat? Ja, von den Leuten im Chat wird schwierig. Aber ich geh jetzt einfach mit meinem Lieblingshaustier, der Katze. Mit der Katze gehst du natürlich gut. Sieben Leute für Katze. Zweiter Platz. Crossnuss. Ein Doggo. Das beste Tier der Welt, wer was anderes sagt, ist nicht bei einem klaren Menschenverstand. Das haben sich neun Leute auch gedacht. 200 Punkte für Crossy. Und damit auch über die 1000 Punkte Spelle. Juhu. Yay. Hey, Kiesa, was sagst du denn? Hot Kids. Irgendwie die Punkte jetzt zu ergattern, ist jetzt eh schwer. Das heißt, ich troll jetzt rein, ich sag Euter. Das soll ich machen. Gut. Ich kann euch sagen, das ist die erste Runde, seitdem der Euterwitz kam, dass Euter nicht dabei ist. Ist Q, steht Q dabei, dann gibt Kiesa Q. Ja. Ich hab erstens schon weggedrückt und Q steht nicht dabei. Q ist auch für mich jetzt kein wirkliches, äh, Haustier. Kiesa too late, ahaha, wir sind so feifett. Die haben nicht komplett Hops genommen. Saskia, was sagst du, Alter? Hamster. Hamster ist nicht dabei. Okay. Aber genug dumme Scheiße, wir haben noch Timon, wir haben noch Paku, wir haben die Fruchtfliege, das Erdmännchen und den Rottweiler. Oh. Fruchtfliege, Alter. Ich mein's natürlich Timon mit Hamster. Aber rotes Fell, Erdmännchen. Ich bin Erdmännchen. Das war ein Witz. Ja, war super witzig. Ja. Ja, war's wirklich. Ey. Ich weiß nicht, wie's euch geht, ne, aber wir haben ja Evelsinssprint angelegt, Alter. Wir sind ja schon bei der letzten, bei der letzten Frage jetzt angekommen. Was sagt ihr dazu? Wie fühlt ihr euch? Nicht so schnell, das macht voll Spaß. Ja, nächstes Mal machen wir, also ich kann sogar die Fragenanzahl einstellen, deswegen sollten wir nächstes Mal auf jeden Fall mehr machen. Das macht auf jeden Fall sehr Spaß. Ich hab, äh, ich hab sehr viel Spaß mit euch. Ich sag schon mal, von hier war's schon mal ein richtig geiles Quiz. Jetzt kommt aber die letzte Frage natürlich, die ist natürlich heftiger Shit und ich weiß nicht mal selber, welches sie ist, aber ist egal. Können wir sagen, die letzte Frage zählt dreifach? Würde ich gerne, aber sowas kann ich hier leider nicht einstellen. Mello, bitte mehr Freiheit geben. Custom, äh, Custom J, JS Script, bitte. Ähm, ja. Wir gehen wirklich schon in die letzte und ich glaube, also, es kann sich noch was ändern auf dem Leaderboard, aber ein paar Plätze stehen schon fest, ne? Saskia kann sich noch mal retten? Ja, ich fühl mich wohl auf dem vierten Platz. Ich find das schön. Ja, gut. Ich bin Erster von unten, hallo? Stimmt. So muss man das auch sehen, ne? Na, warte mal, abends, wer bin ich ja Erster von unten? Wer weiß, ja. Jetzt bin mir hier nicht meine Platzierung, bitte weg. Das kann passieren, wir gucken rein, 60 Sekunden für den Chat, Hashtag am Anfang. Das war schon die letzte Frage. Hä? Saskia! Warum steht ihr neun? Das hat mich letztes Mal auch verwirrt, ne? Mein Timon. Meine Cam ist auch weg, Alter. Was ist denn hier? Ich bin übrigens auch nicht für die vierte Person auch noch mit eigen... Yay! Ich bin auch noch da. Achso, oh. Saskia, was geht, Alter? Schön. Ja, das war die zehnte auch, weil die erste, die, ja... Also, ich glaub, wir hatten sogar zehn Fragen, aber wir haben es verkackt. Äh, ja, ich würd' sagen, ähm, Kiesa, Glückwunsch zum dritten Platz. Letztes Mal erster, heute dritter. Äh, sehr variabel unterwegs. Vielen, äh, vielen Glückwunsch. Genau. Vielen Glückwunsch, danke. Vielen Glückwunsch an dich. Crossness heute nicht den ersten, sondern mal den zweiten. Ach, man kann nicht jeden Tag einen guten Tag haben, ne? Glückwunsch auch zum zweiten. Und dann zum fucking, äh, 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 Gewinner. Vorgestern, ne, gestern Geburtstag gehabt. Oh, herzlichen Glückwunsch. Insane Party gemacht. Dankeschön. Und heute wieder hier und direkt, äh, den Win im Euterquiz gemacht, ne? Direkt eingeäutert. Direkt eingeäutert. Zum Abschluss nochmal, dankeschön, ja. Zum Abschluss.